Ach, fuck. Ne, doch. So, so ist cool. Hä, bist du Linkshänder? Ja. Jetzt echt? Ja, aber ich schreib mit rechts. Hä? Ach ja, das ist sowas. Da war mal was. Ja, da war mal was. Jetzt sah das schon besser aus als bei mir. Ach, du hast jetzt auch nur ein Leben. Ich werde mal den Lippe kommen. Ja, aber du musstest das ja noch üben. Ich hab ja quasi den Vorteil schon, das ist ja... Ach, hast du das schon mal gespielt? Nein, aber ich hab's ja grad bei dir gesehen. Ach so. Das muss man ja auch. Ja, da vorne hatte ich ne Kombo mit 10 Treffern auf einmal. Also hintereinander ohne. Nein! Du hast jetzt schon 3 oder 4 nicht getroffen. Ich glaub, das sieht schlecht aus, will ich. Ja. Ja. Ich merk's. Na. 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 Ey, wie hast du den denn noch getroffen? Ich hab die halt so mit... mit Drift. So wie beim Fußball, sondern... Ach, du hast jetzt auch schon 10er Kombo. Und 11. Ja. Ha! 1, 2, 3, 4... Uhhh! Denkrecht rein. Ja, das war schlechter. Ja, 5 verpasst. Oh, ich hab auch viele Punkte. Ich hab's ja noch locker einholen. Ja, das war schlechter. Tja! Tja! Okay. Jetzt kommt das nächste Zeitwert. Ja, du hast drei... Ah! Kriegt man drei Punkte für den Sieb. Okay. Dann kann man ja insgesamt neun Punkte gewinnen. Ja. Jetzt bist du dran. Ach, das sind ja... Nimm mal das mittlere. So, der Sieger bekommt drei Punkte. Du musst ja gewinnen hier sonst. Sonst hast du ja gewonnen. Ja. Scheiße. Aber ich werde mit dir das letzte Spiel, wir sind trotzdem noch gespielt. Diese haben wir an der mutigsten Leiterpiloten. Okay. Wo ich denn hinschauen? Schau auf das Gamepad. Ach so. WTF? Oh. Das Gamepad muss man da schiefhalten. Ach so, so? Ja. Yeah. Mann. Wie cool ist das denn? Ach guck mal, dann wissen die Zuschauer gar nicht, wie das aussieht. Ja. Eigentlich ganz cool. Ja. 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 Mann. Ich bin der bessere Fahrer jetzt. Ja. Damit du auch was hier... ... 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 die 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 das schau auf den Tiefen ach so, falls du durch den Tunnel fährst schau auf, das ist kein Pepp weiche Hindernisse aus oh mein Gott oh Gott ach kacke aber sehr gut, es war nur Tutorial was, jetzt echt? ja, hier kann man überspringen ja gut vielleicht sollte ich das Tutorial auch durchmachen ja schau auf den Milchfilm rüber was? ach so so, Sektor 1 Zeitlimit 35 Sekunden schau schau ach, ist das gleiche wie vorhin, glaube ich ne ja, Mann nein, du hast bis jetzt jedes bekommen ok, ich hoffe, so schwer wird das gleich, ne schnell es sieht nur so einfach aus, weil ich ziemlich krass spiele so Sektor 2 ach, geht noch weiter ach so du hast schon die handlos gelassen oh shit ja, die kannst du jetzt vermeiden ja, die kannst du jetzt vermeiden das wusste ich nicht, das ist die, da hast du jetzt wieder den Vorteil ach, man kann gar nicht rausfliegen ne, man verliert nur Speed oh mein ja, genau durchgefahren ey, das ist hier sieht das so hektisch aus ja spiel ich oh, das ist fast nicht geschafft so nix da, das war ja kalkuliert ach, ach so ok oh, Sektor 2 hast du richtig wenig Punkte bekommen ja das hab ich bestimmt locker raus ne alles klar, jetzt spiel auch noch schnell das Tutorial ein bisschen durch jetzt hau du mal hier rein ok dieses rasanterennen ist nur etwas für die mutigsten Leiterpiloten ok sehr interessant ja, ich glaub ich überspring das einfach ja, egal ne, ist ja nicht, es ist ja nur so lenken warum komm ich eigentlich drauf? lenken und ausweichen, sonst muss Minus drücken ok, das mach ich noch ist das noch Tutorial? ja auf dem fernseher sieht das voll einfach aus auf dem fernseher ist das ich glaub auch ja gut, keine ahnung hast ja die Kurve ganz schön krass geschnitten ach, im Tunnel muss man auch den fernseher gucken ja wenn man da die Sicht verliert wow boah, das war ganz knapp alles klar, ich werde dich sowieso doch doch super ey das klappt ja wunderbar und nun auf die Pizze aufs Gamepad das war gar nicht so schwer nein wie sieht es eigentlich mit deinem Führerschein aus? cool ja? hast du den? nö toll in zwei Wochen in zwei Wochen hast du ne Prüfung? ja ja komm jetzt raus komm jetzt raus komm jetzt raus so, das war boah ich hab ungefähr so lange gebraucht wie du mit Sektor 1 sogar länger glaub ich aber Sektor 2 fährst du nicht in diese Dinge ah ah du denkst du nicht wirklich dass ich da reinfahre oh ich bin in drei Stück glaube ich reingefahren und ich in kein einziges ey wie geil guck mal ob du mit hier das hängt man ey das hat mich abgelenkt das hängt wie geil wie geil wie geil guck mal das ist ja eine Kamera wo ist die denn? da hier im Deckel hier da ah das war jetzt sehr überraschend aber wie erwartet habe ich mehr Punkte als er ja ja es ist ja hehehe sogar richtig viel mehr 300 Punkte mehr da ich frag mich ob die vorne dein Gesicht sehen konnten ja klar ne ich hab nicht drauf geachtet ich hab mich eher auf ich hab's auch nur zufällig ich hab's nur zufällig gesehen ich hab's nur zufällig gesehen ha letzte Runde wird trotzdem gespielt wie ich gesagt hab ok ich dachte ja auch so achso dreifach Punkte ey oh scheiße da gibt's mir ja ihn geholt kacke ey ja hm das hier sieht ganz neu aus das erste jetzt hätten wir das noch nicht gespielt ja das mittlere ist ja Zelda wieder oh verdammt ey dann ziehst du mich bestimmt auf was das? neun Punkte ja kacke zeichne eine Linie vom Start bis zum Ziel hier gibt's ein Stift alles klar vom Start bis zum Ziel malen nach Zahlen das kann ich gut wo ist denn der Start? ich würd mal sagen das ist der Start das Ziel alles klar oder anders und so geht's du musst du das Gemüse treffen das Obst das Obst das Obst alles klar was fällt dir fällt dir etwas auf ja das Obst ey ich seh hier auf dem Bildschirm ach das Obst auf dem Ziel ich hätte vorzeichnen ohne dass ich du musst dir das anschauen und das dann übertragen oh das ist ja mit den Wolken musst du das abschätzen ja okay alles klar nicht schlecht ja Specht na super ey das war richtig gut ja denk was meinst du dass du verlierst ja ja ich glaube schon Level 6 ja schau auf dem Bildschirm ja alles klar andere Flüchte kannst du fressen wann du gehst ja mach ich doch oha hier sind keine Wolken mhm nur du ganz leichte Schatten jetzt? ich hab gezeichnet ich glaub das war nicht so gut na verdammt einmal drumrum okay ach da sind sogar Zahlen vorgegeben welche ich ja die Reihenfolge oh jetzt hast du aber das von naja jetzt kannst du ja korrigieren ja ach du hast den mittleren da nicht bekommen oder was? ne das braucht man gar nicht oh verdammt für extra punkte ach so ah oh nein scheiße jetzt hab ich ja nur noch einen Versuch jetzt wird mir alles klar man ich wusste das nicht nein ich hab verkackt jetzt wirst du doch nein ist das richtig schon? ja nein nein ich hab alles verloren das sah leichter aus als es war ja besonders kacke nein ja ich hab glaub die Chance zu gewinnen ach ich wollte das ja nur spannend machen ja du hast mir den Sieg gelassen ne so ich verkack sowieso na scheiße du kannst dreimal kontrollieren und hä? ach so überspringen schau zuerst auf den Teeframmärchen aufs Minus und dann auf das Gelenpick alter ja das ist genauso wie bei mir die normalierten Flachen müssen in der entsprechenden Reihenfolge verspeist werden verdammt du schaffst das auch noch vielleicht weil ich wusste ja nicht dass ich alle Früchte brauchte äh und ich dachte weil äh in der Mitte keine Nummer dran stand dass ich die die Frucht nicht einsammeln sollte äh du hast keinen richtigen Fassungsstrich gezogen mach ich hauen also bloß ach das du hast ja toll jetzt hast du das Spiel schon gewonnen dann